Die Formation wurde offiziell an den höchsten Politiker heute gemeldet. Herr Regierungsrat Hansjörg Heser, es folgt nun, die wie bei jeder militärischen Formation die Fahnenübergabe. Jan von Mösh, es folgt Dabung, in den Wäsch. Die Fahnenübernahme in jeder militärischen Formation. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung, die Dragoner stehen nicht offiziell unter der entsprechenden Verfassung. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung, die Dragoner stehen, die Dragoner stehen. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung des Auftretens der Mannschaft. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung des Auftretens der Mannschaft. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung des Auftretens der Mannschaft. Der Startpunkt unter einer Dienstleistung des Auftretens der Mannschaft.